Wenn zu Halloween drei Menschen gleichzeitig den gleichen Gedanken haben, dann wird das Unmögliche möglich. Keine Hausaufgaben gemacht? Schon wieder. Die Turnbeutel vergessen? Schon wieder. Ich muss mit euren Eltern sprechen. Schon wieder. Bitte nicht. Heute ist die Halloween-Party. Wir haben viel zu tun. Viel zu tun? Lächerlich. Ich habe meinen Turnbeutel nicht vergessen. Mein Hund hat ihn gefressen. Unmöglich. Typisch Teenager. Haben alle Zeit der Welt. Tun den ganzen Tag nichts. Das ist nicht wahr. Sie sind unfair. Genau. Wir tun mehr als sie. Gleich passiert es. Ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Genau. Schüler haben ein tolles Leben. Wenn man jung ist, ist alles perfekt. Ich wäre gern wieder ein Teenager. Herr Kollege, Ihr Bart ist weg. Sehr witzig. Ihrer auch. Was ist hier los? Wo sind wir? Die Glocke läutet, aber... Er sieht aus wie Stefan. Nur viel älter. Ich bin dein Lehrer. Du nennst mich Herr Schmidt und nicht Stefan. Verstanden? Ist das ein böser Traum? Nein, du bist in keinem Traum. Du bist in der Schule. Ich will deine Hausaufgabe sehen. Nein, ich bin Direktorin. Ich mache keine Hausaufgaben. Du bist 14 und Direktorin. Also gut. Ja, hier ist Schmidt. Bitte kommen Sie schnell. Mit wem haben Sie telefoniert? Mit der Direktorin. Sie ist gleich hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Haha, du bist 14 Jahre alt. Klaus, sei still. Stefan, was ist hier los? Gisela denkt, sie ist die Direktorin. Ja, ich bin hier die Direktorin. Was ist hier los? Moment mal. Du bist doch Nina. Ich hole gleich deinen Vater. Und Giselas Mutter rufe ich auch an. Na toll. Jetzt heulen sie. Du hast früher auch oft geheult. Habe ich nicht. Das waren schöne Zeiten. Jetzt sind wir die Lehrer. Jetzt sind wir die, die schimpfen. Soll ich Jürgen auch zum Heulen bringen? Dann heulen sie alle. Warum sind sie so gemein? Ich habe nichts getan. Du hast nichts getan. Wirklich nicht. Nina, jetzt bist du dran. Wir machen eine Prüfung. Aber die Prüfung ist erst morgen. Nein, wir machen sie heute, weil die Sonne scheint. Ich prüfe gern bei Sonnenschein. Warum sind sie so gemein? Er hat es irgendwie verdient. Nicht nötig. Gleich haben sie Sport. Dann heult er sowieso. Wir haben Sport? Aber ich bin erwachsen. Ich will raus aus diesem Albtraum. Jetzt ist Sport. Heute üben wir den Handstand. Freut ihr euch schon? Klara unterrichtet Sport. Kann nicht sein. Klaus, Klaus, Klaus. Immer eine große Klappe, wie? Runter auf den Boden. 50 Liegestütze. Aber schnell. Niemand spricht so mit dem Trainer. Wie bitte? Du bist ein gewöhnlicher Schüler und ich bin die Trainerin. Nein. Hier gibt es nur einen Trainer. Mich. Klaus, mein Junge. Geht das schon wieder los? Benimm dich doch mal. Respektiere deine Lehrer. Und jetzt runter vom Tisch. Nein. Du bist nicht mein Vater. Ihr seid nicht meine Eltern. Wer sagt es ihm? Du oder ich? Ich mach das schon. Was wollt ihr sagen? Mir reicht es. Schluss jetzt. Wir sprechen zu Hause weiter. Aber eines sage ich dir. Das gibt eine Woche Hausarrest. Mindestens. Zwei Wochen. Oder einen ganzen Monat. Er muss uns respektieren. Wir sind seine Eltern. Das kann nicht sein. Was ist das für ein kranker Streich? Streich? Das ist die Realität. Wir sind eure Lehrer. Und Nina und Sam sind auch deine Eltern. Mir ist schlecht. Ich muss mich hinsetzen. Dann ist Klaus nicht mein Bruder? Was redest du da für einen Unsinn? Wie kann er dein Bruder sein? Ich bin dein Vater. Mir ist auch schlecht. Wie lustig. Der Trainer und die Direktorin sind beide Lehrerkinder. Haha. Jürgen, sei still. Und übrigens, du bist auch ein leerer Kind. Was? Und wer ist... Du kriegst auch Hausarrest. Und wenn wir zu Hause sind, sage ich alles deinem Vater. Du, du bist... Deine Mutter. Was ist los mit euch? Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Das Schultor ist versperrt. Sie kommen nicht weit. Wie kommen wir raus aus diesem Albtraum? Ich kann nicht mehr. Der blanke Horror. Ich will wieder Trainer sein. Und nicht jung. Ich bin zu alt für diesen Mist. Ich will wieder alt sein. Rufen Sie unsere Eltern an oder nicht? Wir sind nicht faul. Die Halloween-Party ist wirklich viel Arbeit. Warum sagen Sie nichts? Ich, äh, bin sehr müde. Ich muss mich hinlegen. Ja, es war ein langer Tag. Und daher rufe ich eure Eltern nicht an. Es ist zu... spät. Es ist halb neun. Am Vormittag. Ist mir egal. Ich muss hier raus. Ich auch. Ich auch. Und zwar schnell. Die sind ja komisch drauf. Werden wir auch mal so sein? Wenn wir erwachsen sind? Ich werde sicher nie Lehrer. Ich auch nicht. Ich hasse Schule. Vor allem Sport. Bevor ich Lehrer werde, arbeite ich lieber in der Geisterbahn. Als Zombie. Happy Halloween wünscht. Trainer Deutsch.